hallo und herzlich willkommen zu minecraft wie man schon sehen kann wenn ich hier nun durch das portal gegangen wie ich hier durchkommen bin das zeigt der failpart den ich bisher schon hoffentlich hochgeladen habe und hier gibt es keinerlei freundliche leute ja da hat sich gerade geschossen also ihr könnt entscheiden entscheidenswert gesagt da sich der sand hier auch nicht eignet irgendwas zu reden ihr würd sich jetzt wir die heimat also ich sagen wollte da ich aus dem sand hier ja kein sandstuhl her ganz ein herstellen kann da das seltsamer sand ist seltsamer sand zu sand okay dann kann man doch was dort anfangen habe ich dann doch getäuscht dann werde ich mich mit einem schwert rüstung anziehen und mir mal kurz ach du liebe güte hallo wo bin ich denn hier also wenn ich bin nämlich jetzt nur weil ich hier den game boot anscheintheit bei wie viele gegner sind hier und bewachen das portal also was ist das hier für eine party es wird zurück ok da ich den sand brauche so oder so jetzt für mich nur eine einzige möglichkeit was ich mit dem alles tun kann melzen tut man das tut man auch zu glas kann man auch nur beton herstellen also ich stelle mich einmal er ist wirklich zu viel behaupt hier ist ein spontan dass ich auch wieder nicht können wo es vorne und möge der spaß beginnen ok mein zeug du verschwindest mal von hier darauf zu glauben wir keine gute idee wenigstens sind es aber zu viele gegner ok die partie hinten ist noch da ja 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 ich kann jetzt alles halbwegs holen das bild ist wieder am ruckeln erstmal durchatmen ich hoffe ich habe jetzt alles wieder und erst mal die vernichten ja 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 ich werde jetzt mal keine auftauchen oh oh Okay. es sind nach also das werden können wir bitte aufhören dass die bei nachbauen ich versuche die gegend zu säubern vor denen von denen gut habe dass wir hier jetzt geklärt haben das gebiet ist jetzt bewohnt also jemand etwas zu sagen hat wo kommst du denn her was versteht ihr nicht dieses gebiet ist jetzt hier bewohnt man mal sehen was können wir denn also was soll das wirklich ich brauche nur sand und dieses gebiet hier im kreis und eigentlich dann kann ich eigentlich da hinten hingehen mit dem kaktus möchte ich irgendwie ein essen hmm 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 kommst du denn jetzt her ja hmm hmm ich weiß nicht welche weil kommen soll überlegen wo kann man in ruhe vielleicht sind aber und da oben aber erstmal hinkommen ja trifft euch alle nur gegenseitig das ist mir am liebsten hab nichts essen eigentlich mehr lasst mich doch einfach in ruhe ja 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 ich mag dich nicht ich mag ich auch nicht und wenn ihr mich verübelt was ich hier tue mir egal ehrlich ich will meine sachen zurückhaben und nicht immer wieder von den eingegriffen werden sowieso schon frechert dass sie hier überall spawnen andauernd und 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 so du auf weg klingt nicht so als ob ich noch hier wäre dann kann ich ja in ruhe bantapauen so und wir haben noch viel zu tun wir sind ja erstmal noch irgendwie ein dorf zurecht kriegen und den weg finden ist so sichern vor den ganzen nervigen gegnern und was bist du hier eigentlich okay mit dem limestone kann man im endeffekt ist es eigentlich nur normaler habe es dauern nur dass man noch andere sachen machen kann so so jetzt kann ich erstmal in ruhe send abbauen und mir einfällt ich habe mir fehlt langsam weiter platz so so wirklich absolut nervig gewesen heute so okay okay ich habe ihn doch drauf so okay 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 warum sind hier so viele von denen so okay ich habe mir auf kurz kommando ja bisher noch nicht stufe verändern weil ich das eigentlich nicht will nicht will ich könnte ich kenne ein profil der freude machen würde jetzt hier gerade am anfang also alles unnötige rausschmeißen so 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 mir in dem punkt egal sind schon wieder neu gespawnt da fällt mir ein witziges spiel ein mir ist egal wie die aussehen gerade ist ein schöner schwert das leben von soviel im kämpfen regeneration von rechts übertreiben machen und hast kräft alle münster an so auch die die hier rumlaufen als bewegung and and eben wie erst mal 25 1 immer noch ändern du sollten mir erst mal nur die ganzen nerven sägen vom heiser schaffen ja bei mir speichern wo was sagen wir nicht muss noch was anderes ändern erweiterung fraktion wüste haben wir hier nicht mit farbcodes bin ich gar nicht so gut jetzt nur heller als ob das nicht gilt egal eigentlich sind aggressiven wie immer nur und und erweiterung fraktion wüste erweiterung auch her er du sollst ihn in ruhe lassen da hinten ist dein feind ach so ist das verstanden endlich ich werde erst mal hier so hin platzieren und später bearbeiten das war es auch schon von diesem ja nicht erfolgreichen part im nächsten mal beim nächsten mal werden wir weiter bauen auf jeden fall so Untertitelung des ZDF, 2020